Hallo und willkommen auf unserem YouTube-Channel. Hier ist wieder euer Jan, Brand Manager von Ranking Coach. Und wir sprechen heute über Suchmaschinenoptimierung für KMUs. Und da wir einen sehr spannenden Gast hier haben, es war Martina Honecker. Sie ist SEO-Coach und Online-Business-Mentorin. Und ja, hallo Martina, vielen Dank, dass du da bist. Ja, hallo Jan. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann, dass du, ja, dass wir heute das Interview führen können. Ja, ich habe mich echt auf unser Gespräch gefreut, bin auch super gespannt, über das Thema zu erfahren. Und jetzt vielleicht erst mal die Frage, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor und vielleicht erzählst du uns auch, wie du zur SEO-Expertin geworden bist. Ja, also es ist ganz einfach eigentlich gesagt, zur SEO-Expertin bin ich dadurch geworden, dadurch, dass ich es einfach gemacht habe, dass ich angefangen habe, meine Seiten, meine Projekte, ja, sichtbar zu machen. Ich habe, ja, zum Zeitpunkt angefangen, als es Google noch gar nicht gab. Ich habe 98 die erste Webseite gebaut, also war Google noch nicht wirklich so der Begriff. Und SEO bestand vornehmlich darin, dass man irgendwelche Keywords in die Seite reingeworfen hat, den Meta-Keyword-Tag und das möglichst oft in den Seiten platziert hat, möglichst oft in Quelldecks platziert hat. Und dann warst du schon recht hoch in Suchmaschinen wie Fireball zum Beispiel, war damals ganz, ganz ein, glaube ich, so ein T-Online-Abkömmling. Ja. Also du bist quasi schon dann seit der ersten Stunde quasi mit dem Thema, also seit den 90ern dann. Ja, also schon seit der ersten Stunde, genau. Und ja, es hat sich mit der Zeit, hat sich natürlich einiges verändert halt auch im SEO-Bereich. Und es ist, zum einen ist es ein bisschen schwieriger geworden zu machen, aber auch einfacher. Also es reicht heute eben nicht mehr einfach irgendwelche Keywords in die Seite reinzuwerfen und irgendwelche komischen Optimierungen zu machen. Also früher bist du auch hingegangen, hast dann Text auf die Seite geschrieben mit der gleichen Farbe wie die Hintergrundfarbe und das war halt einfach nur mit Keywords angereichert und heute musst du natürlich schon ein bisschen mehr machen. Aber es ist in einer gewissen Hinsicht auch leichter geworden, weil es ist nämlich einfacher relevanten Content, also wirklich wertvollen Content zu platzieren, wohingegen du vor einigen Jahren dadurch Schwierigkeiten hattest und gegen, ja, gegen seit seiner Methoden, was ich ankämpfen muss, das in den Rankings. Genau. Also das sind ja dann auch Taktiken, die man, würden diese Taktiken heute überhaupt noch funktionieren? Das ist ja das, was man als Black Hat bezeichnet dann. Genau. Also diese ganz alten Taktiken funktionieren schon lange nicht mehr. Aber, ja, also diese alten Techniken, die funktionieren schon lange nicht mehr. Und, ja, also ich würde sagen, man kann sich, es gibt so ein paar Grundprinzipien, was man sagen kann, was schon immer gegolten hat und jetzt eigentlich umso mehr. Nämlich, dass man wirklich schaut, für wen schreibe ich hier überhaupt? Was sind die Nutzer? Was wollen meine Leser überhaupt wissen? Was interessiert die? Was wollen die sehen? Was suchen die auch? Und wenn man für den Nutzer schreibt, ist eigentlich schon die halbe Miete. Also, das ist ganz blöd gesagt, aber es ist tatsächlich so. Jetzt ist es ja auch so, dass heutzutage für viele kleine und mittelständische Unternehmen, das ist vor allem auch so, zum Teil auch die Zielgruppe von Ranking Coach, inwiefern kann man diesen Leuten quasi beibringen, dass SEO halt nichts kompliziertes ist? Weil für viele KMUs ist das halt relativ, fühlt sich das relativ kompliziert an und ist irgendwie undurchsichtlich. Wie geht das? Wie funktioniert das? Und dann fehlt auch Zeit und Geld, um eine Agentur zu beauftragen. Wie kann man jetzt, sage ich mal, kleinen und mittelständischen Unternehmen beibringen, dass SEO eigentlich gar nicht so kompliziert ist? Ja, also ich finde, ihr habt da schon einen recht guten Ansatz beim Ranking Coach, muss ich sagen, dass man wirklich so auch den, ja, so kleine Häppchen auch vorgibt, so kleine Aufgaben quasi, das, schau mal, das hier gibt es an deiner Seite zu tun und ich denke auch, dass man das wirklich so in so kleine Aufgaben verpackt, was man auch als kleiner Unternehmer, als Selbstständiger auch nebenher auch machen kann. Vielleicht auch nur so ein paar Minuten, zehn Minuten am Tag oder eine halbe Stunde am Tag braucht, um das dann zu erledigen. Ich meine, man kann sich dann neben dem normalen Geschäft auch nicht die ganze Zeit nur um SEO kümmern. Jetzt auch eine Frage. Du siehst ja auch wahrscheinlich auch ziemlich viele Menschen, die quasi versuchen, SEO selber zu optimieren oder auch mit deiner Hilfe. Was sind denn da für Fehler, die du oft siehst? Also was ich sehr oft sehe, ist, dass Bilder zum Beispiel nicht optimiert sind, also dass die Bilder von der Kamera so hochgeladen werden, wie sie aus der Kamera kommen oder aus dem Handy und dann hast du dann Bilder auf der Webseite, die sind so zwei, drei, vier MB groß. Das ist natürlich die Ladezeit unglaublich verschlechtert. Was ich auch leider noch sehr, sehr oft sehe, ist, dass Seiten überhaupt nicht mobil optimiert sind. Und das ist ja, ist mittlerweile eigentlich nicht mehr einfach nur so ein Schönheitsfehler, sondern es ist eigentlich ein Nuss, dass die Seite auch mobil gut bedienbar ist. Das sehe ich halt immer noch sehr, sehr oft. Und es gibt ja mittlerweile, selbst wenn man ein Baukastensystem nutzt, auch die haben verschiedene Vorlagen, die halt auch mobil responsive sind. Also es ist eigentlich auch kein Hexenwerk, da auch was zu verändern. Also das sind zum Beispiel die Dinge, die mir sehr, sehr oft auffallen. Oder das halt einfach, wie wild Content produziert wird auf der Seite. Ja, ich muss unbedingt irgendwas schreiben, damit ich bei Google gut gefunden werde, aber es wird sich keine Gedanken drüber gemacht, ja, worüber schreibe ich überhaupt? Das sind meine Keywords, auf die ich mich fokussieren will. und es wird dann irgendwelcher Content produziert, Thin-Content mit Blogbeiträgen, mit 300 Zeichen oder sowas. Also Sachen, die eigentlich gar nicht mehr so relevant sind. Das wird sehr oft. Oder es wird wenig an der Seite aktualisiert, zum Beispiel. Das sind so die Sachen, die mir sehr, sehr oft auffallen. Ja. Jetzt vielleicht auch in Bezug zum Content. Was für eine Art Content sollte man denn jetzt produzieren? Was hast du da? Also zum einen ist natürlich mittlerweile eigentlich immer wichtiger, dass man halt auch Content produziert, der eine gewisse Länge auch hat. Also das ist das, was ich halt öfter auch sehe. Die Sachen, die bei mir halt auch am besten gehen, das sind Artikel, die länger sind, die halt auch wirklich einen Mehrwert bieten und die vielleicht auch dann noch angereichert sind durch ein Video oder durch zusätzliche Ex- Also Video ist halt wirklich auch ein ganz, ganz großes Thema und da kommst du mittlerweile eigentlich auch nicht mehr dran vorbei. Das ist unglaublich. Warum ist Video da so wichtig? Weil es einen besonderen Mehrwert bietet dann für den Leser oder weil es dann direkt Einfluss auf die Suchmaschinenoptimierung hat? Also es bietet zum einen Mehrwert und auch wenn das Video gut gemacht ist und dementsprechend auch für den Nutzern einen Mehrwert bietet, ist natürlich die Haltezeit auf der Seite auch um einiges größer und nicht zu vergessen, dass YouTube hier selbst auch nochmal eine Suchmaschine ist, also wenn man die Videos bei YouTube hochblät und entsprechend optimiert, da kann man ja auch einiges machen an den Titeln, an den Beschreibungen und auch da hat man nochmal die Möglichkeit gefunden zu werden über YouTube selber. Also man muss es nicht nur auf Google beschränken. Ja. Und worauf müsste man da jetzt ganz konkret ach, oder beziehungsweise würdest du zum Beispiel auch empfehlen für KMUs dann auf anderen Kanälen außer Google zu optimieren dann direkt von Anfang an? Ja, also ich würde mich nicht nur auf einen Kanal fokussieren. Also das ist mal ganz wichtig für KMUs, je nachdem wenn es ein lokales Unternehmen ist, natürlich auch ganz ganz wichtig Local SEO zu machen, also das heißt Google My Business zu optimieren und in entsprechenden Verzeichnissen auch sichtbar zu sein. Für ein reines Online-Business ist es jetzt meiner Meinung nach nicht so relevant, ja vor allem wenn du jetzt nicht wirklich einen festen Standort hast mit dem aus du arbeitest, aber auch da schadet es nichts sich mit anderen ja mit anderen Plattformen auch zu beschäftigen und auch was Social Media Plattformen angeht also das geht ja mittlerweile ist das ja alles auch sehr sehr verzahnt also das heißt es hat ja auch das eine beeinflusst ja das andere auch ein bisschen also ich sehe es zum Beispiel allein auch bei Google My Business zum Beispiel ich sehe auch Bewertungen zum Beispiel auf meiner Facebook-Seite auf diesem Google My Business Eintrag zum Beispiel also es geht alles ein bisschen ineinander über natürlich muss man halt schauen man kann nicht alle Plattformen bedienen kann nicht auf allen Social Media Plattformen unterwegs sein und da ist es dann auch ganz witzig auf einige wenige dann zu fokussieren so für dann aber ja wie gesagt Video ist halt mittlerweile meiner Meinung nach immer wird immer wichtiger und jetzt auch wo die ganzen Kanäle auch so ein bisschen ineinander übergehen ist es wahrscheinlich dann auch wichtig zu wissen wo dann auch die Zielgruppe ist um auf den Kanälen dann auch aktiv zu sein genau also das alles andere ist denke ich mal verspendete Zeit wenn man sich auf einer Plattform aufhält wo die Zielgruppe nicht zu finden ist und ja also da sollte man natürlich schauen wo sind jetzt meine Nutzer wirklich auch aktiv und unterwegs und sich darauf zu fokussieren also gerade wenn man wenig Zeit hat ja und hast du denn auch quasi noch ein paar Tipps parat die jetzt quasi KMUs die jetzt vielleicht auch zuschauen Menschen die in kleinen mittelständischen Unternehmen sind und SEO machen möchten die sie jetzt direkt sofort anwenden können hast du da ein paar Tipps ja ja also um zum einen nochmal auf die Bilder zurückzukommen was also so ein bisschen mein Lieblingsthema ist muss ich sagen also dass man halt hingeht und sich wirklich mal anschaut was habe ich denn da auf der Website an Bildern was kann ich da optimieren und ich kann dann entweder nochmal drüber gehen mit dem Grafikprogramm und es gibt mittlerweile gibt es wenn ich WordPress nutze gibt es mittlerweile auch Tools die halt auch schon bis dann da Abhilfe schaffen die Bilder komprimieren man muss auch nicht unbedingt die größte Version des Bildes einbinden und dann ist es natürlich auch wichtig wenn man Bilder einbindet die jetzt nicht unbedingt ein Deko-Element sind also die nicht jetzt unbedingt ein Hintergrundbild sind oder sowas oder ein Deko Bild dann natürlich auch auf die Alttexte achten und auch da kann man auch nochmal wertvolle Informationen unterbringen und auch noch eine Sache was jetzt Bilder angeht auf das richtige Format auch zu achten also wenn ich jetzt ein Foto habe dann macht es wenig Sinn das als PNG zu speichern weil das ist wirklich auch im Endeffekt nur sehr sehr viel Platz und macht das Ganze nur unglaublich groß also das würde ich immer als JPEG machen zum Beispiel das jetzt zum Thema Bilder was man relativ einfach umsetzen kann ansonsten auch schauen dass ich die interne Verlinkung auf meiner Seite gut habe also dass ich halt auch schaue dass ich zu interessanten Inhalten auf meiner Seite auch verlinke dass ich zum Beispiel von einem Artikel auf einen dazu passenden Artikel verlinke oder auf ein passendes Angebot von mir wenn ich jetzt einen Shop habe zum Beispiel dass ich dann auch vielleicht auf das entsprechende Produkt verlinke in meinem Blog und damit mache ich es Google im Endeffekt ja auch leichter meine Seite zu indizieren und auch die Sache ich gucke mal an wie strukturiere ich meine Seite also dass ich meine Seite quasi in Themen auch aufteile kopiere nämlich entsprechende Kategorien aufbaue oder Themenseiten wo es ja ein ganz bestimmtes Thema geht das kopiere ich untereinander und dann macht es das Ganze auch nochmal einfacher für den Nutzer zum einen wichtige Inhalte zu finden da fühlt es sich dann auch besser aufgehoben auf der Seite und Google findet sich auch besser zurecht genau und auch ein schöner Tipp den Konten so ein bisschen anzureichern mit Video mit schönen Überschriften dazwischen also dass man schaut dass der Content auch so angereichert ist dass man einfach drüber fliegen kann und dass man schon eine Struktur erkennen kann also dann macht es auch Spaß das zu lesen also sich einfach mal so ein bisschen in den Leser rein zu versetzen und das würde mir jetzt Spaß machen mir anzuschauen ja das super super spannende Tipps die jetzt auch jeder direkt angehen kann also was bringen einem dann schöne Bilder die überall aufpoppen wenn dadurch die Webseite viel zu langsam wird ja deswegen auch die richtige Größe weil das ist natürlich dann auch ein Ranking Faktor quasi dann auch die Bounce Rate oder zumindest hängt das damit zusammen die Ladezeit ja also das ist halt zum Beispiel eine Ladezeitoptimierung die kann ich ohne weiteres selber machen für manche Sachen muss ich natürlich schon wenn ich das technische Know-how nicht habe dann auch einen Webentwickler zum Beispiel beauftragen manchmal liegt es auch einfach nur daran dass man vielleicht auf ein anderes Hosting-Paket wechselt das kann schon ausreichen also gerade wenn ich jetzt bei so einem Billig-Hoster-Geruse bin und so ein ganz kleines Hosting-Paket habe und ich habe aber einen Online-Shop dann ist das vielleicht nicht unbedingt so geeignet dann sollte ich mir mal überlegen ob ich vielleicht zum Next-Horn-Paket wechsle das sind so Sachen die ich eben auch selber machen kann ja also auf gar keinen Fall die Ladegeschwindigkeit von der Webseite vernachlässigen und hier dann auch kann man quasi dann auch selber optimieren in dem Sinne also Bilder brauchen die richtige Größe nicht zu groß Themenseiten gruppieren und ja damit hilft man dann quasi seinen Lesern und der Suchmaschine das ist ja dann Win-Win also ja also wenn ich wenn meine Seite eben auch nutzerfreundlich ist dann helfe ich meiner helfe ich Google auch und helfe meinem Ranking auch wenn ich meinen Nutzern helfe okay ja super spannend super spannende Tipps die hoffentlich jetzt auch viele unserer Zuschauer direkt ausprobieren werden also schon mal vielen vielen Dank Martina für das tolle Interview ja danke dass ich dabei sein durfte dass du mich interviewt hast und für diejenigen die dich kennenlernen wollen oder auch Tipps von dir haben möchten oder mit dir zusammenarbeiten möchten die können dann auf den Link zu deiner Seite gehen den habe ich unten verlinkt in unserer Beschreibung für diejenigen die Ranking Coach kostenlos testen möchten die habe ich auch unsere Seite einmal unten verlinkt ja und nochmal vielen vielen Dank und noch einen schönen Tag dir ja danke dir auch ciao ciao Bis zum nächsten Mal.